Hallo Leute und herzlich willkommen zum Proofit Homeworkup vom 14.12.2020. Heute mal ein bisschen anders. Ich sehe euch das Workout vor, aber man zeigt euch die Übung. Ihr wisst euch, was passiert. Wir haben heute ein längeres Workout wieder. 8x2 Minuten on, 1 Minute off. Das stelle ich euch später ein bisschen genauer vor. Vorher geht's ins Warm Up. Wir haben 3 Runden mit 3 Perfect Stretches pro Seite. Was machst du da? Ganz falsch. Die Hand bleibt am Boden. Mit der anderen nicht so runter. Schön reinschrauben und dann nach oben aufgehen. So, sagt ihr das gleich. Sehr schön. Dann haben wir 4 Step Downs auf der Box. 3 Sekunden gehen wir runter. Aber 3 Sekunden runter. Lass mal umstehen. Und die Übungen runter. Ganz schön. Eins, zwei, drei. Schön den Fuß am Boden aufnehmen. Gut. Dann kann wir das jetzt. Dann Side Shuttle. Das ist sehr gut. Dann geht's ins Workout. 8x2 Minuten on, 1 Minute off. 18x10 Meter Shuttle Run. Und dann. Hinten und machen Step Ups. Shuttle. Du kannst auch vorwärts rücklaufen, ne? Ah, sehr einfacher, ne? Genau. Schön, wie ihr euch habt. Schneute. Wunderbar. Und dann so viele Step Ups in der restlichen Zeit wie möglich. Und wir sehen euch beim Aerobic Training. Step Ups. Richtig. Aufsteigen aus dem Wein. Hosen, ganz strecken. Sehr gut. Danke. Und jetzt. Viel Spaß dabei. Gebt ihr immer wieder richtig ordentlich Gas an. Hashtag Stay Blue.